Musik Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Olli Uncut TV. Ja, ich muss wieder einmal Danke sagen und zwar dem lieben Bernd. Ja, der hat mir nämlich schon wieder was geschickt. Er hat mich vor ein paar Tagen angeschrieben, hat gesagt, du Olli, pass auf, ich hab die und die Edition noch übrig, die nimmt ein bisschen Platz weg, er braucht sie nicht mehr, ob ich Interesse habe und er wusste auch zu diesem Zeitpunkt schon, dass ich diese Edition schon mal besaß. Allerdings, ja, euch geht es vielleicht auch manchmal so, man gibt manchmal Sachen her, wo man sich denkt, ja, ich weiß nicht genau, ob das jetzt cool war. Man trennt sich öfter mal von was, entweder Platzgründe, Geldnot oder beides oder einfach, weil man diese, diese Geschichte nicht mehr so wertschätzt und einem nicht mehr so viel daran liegt. Allerdings bei diesen Editionen, die ich damals hergegeben habe, da habe ich mir schon immer gedacht, ah, eigentlich sind die schon geil. Einfach so, ähm, das Sammelns wegen, ja. Also die haben jetzt keinen besonderen, ähm, kostbaren Wert oder so. Die werden auch nie richtig rar oder teuer. Äh, die kriegt man immer wieder mal. Aber es sind, äh, wirklich ansehnliche, ähm, Editionen, ja. Und deswegen werde ich euch die jetzt, äh, hier mit euch mal auspacken. Der Bernd hat mir wieder mal ein Paket zukommen lassen, ja. Vielen lieben Dank, lieber Bernd. Das war ja nicht das erste Mal. Und ich, äh, hab mich ja schon mit dir kurz geschlossen. Du wirst, ähm, demnächst von mir auch, ähm, ein ganz, ganz tolles Geschenk bekommen. Da haben wir ja schon drüber geredet, ja. Äh, so als, ja, kleines Dankeschön von mir, von meiner Seite aus, ja. Wir packen das Ganze jetzt mal aus und ich zeige euch gleich, um was es geht. Äh, der ein oder andere kann sich vielleicht sogar schon denken. Äh, wenn man mein Thumbnail anguckt, äh, ich hab da ein ganz kleines bisschen, äh, diesen Film mit in Verbindung gebracht, ja. Also, wer den Film kennt, weiß, um was es geht. So, wie geht das Ganze auf? Äh, hier. So, ja, wie gesagt, äh, vielen lieben Dank, lieber Bernd, auf jeden Fall. Ich bedanke mich ein weiteres Mal sehr bei dir. So, diesmal ist kein Briefchen dabei, ja, ähm, kein Briefchen. Ich schmeiß das Ganze jetzt mal hier auf den Boden. Und, ähm, es handelt sich um die, jetzt muss ich richtig gucken hier, 3-Disc-Limited-Collector's-Edition, Directors Cut von Zimmer 1408 mit John Cusack und Samuel L. Jackson. Genau, die zwei machen hier mit und es handelt sich um diese wunderschöne Edition hier. Seht ihr das? Ähm, so eine Glanzbox, ähm, bisschen, auch schon länger am Regal gestanden. Bei mir sehen die genauso aus, ja. Und ein kleines Schlüsselloch ist hier vorne drin und wenn man da reinguckt, das hat so einen 3D-Effekt, ja. Da sind auch Karten drin, Sammelkarten, die kann man jederzeit ändern, so dass man, wenn man durch dieses fiktive Schlüsselloch guckt, praktisch immer was anderes sieht, ja. Das ist eine wirklich geile Box. Hinten sieht das Ganze so aus, ja, spiegelt jetzt alles ein bisschen. Ähm, ich mach das Ganze mal auf. Und, wie gesagt, von diesen Editionen hatte ich damals einige und ich hab sie leider hergegeben für ganz wenig Geld, ja. Also ich hab da wirklich auch nicht, oh ja, das ist, äh, ich hole jetzt nicht alles raus. Ähm, da ist nämlich jetzt noch so Folie drüben. Ich glaub, das hatte ich damals nicht, diese Folie hier. Bei mir waren die Karten irgendwie so locker, glaub ich, glaub ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall eine richtig geile Edition. Wie gesagt, drei Disc, äh, Limited Collectors Edition im Directors Cut. Hat ein arschgeiler Film. Ich hätte diese Edition damals aber auch nicht hergegeben, wenn nicht da ein Label gewesen wäre, welche, welches, ähm, wunderschöne Mediabooks, und ich hatte alle davon, ähm, rausgehauen hat. Und zwar, Birnenblatt hat hier diese Mediabooks rausgehauen. Ich hab mich dann letztendlich für dieses hier entschieden, es zu behalten. Das andere hab ich hergegeben. Ähm, wirklich. Also hier, mit John Cusick vorne drauf, wie er durch zerbrochenes Fensterglas guckt und das Fensterglas zur Spotlack veredelt. Ähm, ihr wisst ja, da stehe ich total drauf. Ein durchgängiges Motiv, ja. Sieht auch wirklich, wirklich klasse aus. Ähm, limitiert ist das Ganze auf 666 Stück. Ähm, gezeichnetes Artwork. Ich stehe drauf. Ist eine perfekte Edition, kann man sagen. Und jetzt wieder Zimmer 1408 in dieser, ähm, DVD-Edition übrigens. Ja, das ist hier DVD. Es war auch ein Mitgrund, warum ich das abgegeben habe. Aber ich bin froh, es wieder in der Sammlung zu haben. Dafür bedanke ich mich tausendmal, lieber Bernd. Also, ähm, übrigens, ähm, gibt es auch noch in derselben Edition, in derselben Größe von Der Nebel von Stephen King. Einer meiner Lieblingsfilme, tatsächlich, wirklich. Also, wo ich den zum ersten Mal geguckt habe, da hat der irgendwie mal im Fernsehen lief der und ich hab mittendrin mal eingeschalten und ich hab bei dem Ende, Leute, also da hab ich gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich musste den Film dann unbedingt zweitsichten und hab ihn seitdem bestimmt schon wieder 50 Mal geguckt. Ja, also wirklich Der Nebel von Stephen King. Gibt es in einer gleichen Variante auch mit so einer Box, ja, mit so einer Fensterbox, mit, mit so Milchglas, angedeutetes Milchglas, wo eine rote Hand, so irgendwie, ähm, äh, eine blutige rote Hand zu sehen ist noch, ja. Auch eine geile Edition. Werde ich mir auch wieder in die Sammlung holen. Wie gesagt, ein paar, äh, Sachen, die ich weggegeben habe, bereue ich tatsächlich sehr, ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und jetzt vielen lieben Dank, lieber Bernd. Ich hab ja letztens hier so ein Halloween-Special gemacht, Verpackungsspecial, wo ich meine Halloween, äh, Collectors Edition Box von Rob Zombie 1 und 2 gezeigt habe. Äh, ich hab ganz kurz mal überlegt, ja, könnte ich hergeben oder nicht? Nein, ich werde die behalten. Also ich wurde auch schon zwei, dreimal angefragt, ob ich die jetzt hergeben möchte, weil ich ja Rob Zombie 2, also Halloween 2 von Rob Zombie im Mediabook habe von Nameless. Ähm, da muss ich aber sagen, nein, ich werde jetzt diese Collectors Editions, alle behalten. Ich werde da jetzt fleißig weitersammeln und ich denke mal, das ist das Beste, was ich machen kann. Rein der Optik halber, rein, weil es eine Filmsammlung sein soll und nicht einfach nur ein paar aneinandergereihte Filme, sondern auch diese Special Editions, die gefallen mir besonders gut und deswegen werde ich da fleißig weitersammeln. Auch wenn jetzt der ein oder andere Titel doch wieder doppelt in der Sammlung steht, das ist egal. Ich sammle ja auch die, die ganzen Kanisterboxen, diese Blechkanister da. Äh, da habe ich auch schon, ähm, ja, das meiste, was es gibt. Ja, also ich denke mal, äh, ja, da werde ich auf jeden Fall weitermachen. So, das soll es schon wieder gewesen sein. Bernd, vielen herzlichen Dank nochmal für dieses tolle Geschenk. Ich freue mich und du wirst auch Post von mir erhalten, da haben wir drüber gequatscht. Ähm, ja, dann gilt eigentlich wie immer, wenn noch kein Abonnent meines Kanals ist, lässt gerne mal ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein neues Video verpasst. Ihr werdet dann benachrichtigt, wenn ich wieder was hochlade. Und dann sehen wir uns gesund und munter beim nächsten Video wieder. Euer lieber Olli Uncut von Olli Uncut TV. Ciao. Ciao.